Easy going. So, dann brauchen wir Glowstone. Soweit ich weiß. So, und zwar für die hier. Wie viel brauchen wir? 4000 Broteln. Wir haben vier Stück, sprich, 12.000 sind dann, warte, das wird geguckt, äh, 250, 1000, 10 Glowstone-Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, einer zu viel. So, perfekt. Und rein mit euch. Das kann jetzt wieder ein Weilchen dauern. Währenddessen können wir schon mal die da reinhauen. Warte mal, die können wir auch so lange da reinkloppen. Genau. Halt, warte. 10. Ne, ich brauch noch 2 Blöcke. Was rechne ich denn da für ein Scheiß? Einer ist doch 1000. Ja, dann brauch ich noch 2 Blöcke. Dann brauch ich nämlich 12 für 12.000. Gut, weiter geht's. Ins System. So, mal gucken, was haben wir denn alles? Wir haben alles bis auf die 3 Sachen. Genau. Dann braucht man noch das in der Mitte. Äh, das habe ich auch. Okay, dann müssen wir nur noch auf die hier warten. Dann müssen wir nur noch auf... Hä, ich dachte, die brauchen 4000. Jetzt bin ich verwirrt. Sag jetzt nicht, ich kann das Ding nicht machen. 4000 Millibuggets. Flut-Transposer. Oh, das sind andere Teile. Upsi. Ähm, scheiße. Ey. Da bist du. Scheiße, was braucht man da jetzt? Ähm, hier. Um die Teile. Ah, Glowstone Elevation Unit. Hm. Lumium. Das verbraucht man. Wat? Glowstone. Silver Ingot. Tin Ingot. Okay. Glowstone. Silver. Ingot. Und... Tin. Ingot. Die Böllern wir einfach da rein. Zack. Äh, die holen wir da raus. Zack, zack. So, warte. Da war noch was anderes, was mich stutzig gemacht hat. Und zwar war das... Das hier. Illuminator Frame. Signalung. Okay. Los, mach schneller. Na. Ja, der hier ist, glaube ich, schon durch. Ja, da haben wir 1.500, da haben wir 10.000. Da, da ist noch 500 in der Leitung drin. Okay, alles klar. Ähm. Ja, was machen wir denn jetzt? Ui. Die hier hinten, die kann er nicht erkennen. Der ist so viel zu weit weg. Und umsetzen will ich das jetzt auch nicht. Ich will jetzt nicht alles automatisieren, deswegen. Also, sonst vergeht mir der Spaß ziemlich schnell. Wir könnten die... Kann man die Leitung setzen? Wie heißen die Dinger? Irgendwann wird Kryo. 16 Stück. Ich habe vorgehabt, mit der Leitung zu setzen, weil dann geht es schneller. Können wir da nämlich die ganzen Buffer... Äh, Energy Buffer, ähm... Ja, die ganzen Speicher hier... Können wir dann... Da, die da... Ganz schnell auf... Äh, aufladen. So, dass wir auch... Auch ab und zu mal... Genau, also... Was ist das denn? Oxid und Zinnebar. Ah, ja, gut. Ähm, next, 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 next. Hier... Steckt Sulfur fest und da ist nichts. Okay. Und wenn es weiter nichts ist? Okay. Ähm. Alter, warum braucht das so ewig? Äh, was... Was kommt denn da raus? Luminell, gell? Ne, doch. Ja, doch. Luminell. 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 Wir könnten mal so lange eine neue Dimension basteln. Das wäre eine geile Idee. Dimlet. Äh, hier. So, folgendes. Wir brauchen ein... Ne, kein Solid Normal. Liquid. Wir nehmen einfach ein Flat. So, dann... Ne, kein Kobalt. Lidohr könnte man machen. Ne, auch nicht. Copper haben wir auch genug. Obsidian haben wir genug. Silver haben wir... Können wir machen. Muss man aber nicht. Titanium, Marble. Tin könnten wir machen. Glas. Soulcent. Redstone Ore. Ne, da habe ich was Besseres. Ich habe hier Redstone Ore. Lapis-Blocke können wir machen. Coal Ore. Ne, brauchen wir nicht. Iron Ore. Brauchen wir nicht. Gold Ore. Haben wir genug. Ferris Ore. Aber haben wir, glaube ich, auch mittlerweile genug. Firestone. Purgold. Aluminium. Zink. Meteorik. Selbst kurz. Plutonium. Warum alles nicht? Hm. Block of Redstone und Glowstone haben wir da. Wir machen Glowstone. Und dann machen wir nämlich folgendes. Ich habe ja hier schließlich zwei. Das hier ist ein Nether. Genau. Und das hier ist der Strom. So, wenn man nämlich jetzt das Ding einfach... Geht das? Ne, geht natürlich nicht. So geht's schneller. Zack. Also ich liebe die Ranch. Weißt du was? Dann klatschen wir den einfach da ran. Genau. Always active. So. Perfekt. Warte ich. Haben wir noch ein paar Speed Upgrades? Ne, haben wir nicht. Wie heißen die denn? Von... Addender. Hier da die Dinger. Item Conduit Speed Upgrade. Ne, den haben wir, glaube ich, irgendwo anders hereingeballert. Gut. Aber wir können vielleicht noch ein paar machen. So. Pop, 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 pop. Das ist ja gar nichts. 15 Stück. Easy going. Ne. So, danke. Weil dann pumpen wir das Zeug da rein wie blöd. Hallo. Danke. Zack. 15 Stück. So. Dann basteln wir mal die Dimensionen. Dann bauen wir nämlich das. Dann nehmen wir aber das. Dann kommt Warning. Dann, wenn ich das reinmache, ist alles Paletti. Die klatschen wir da rein. Brauchen die 61.000. Ja, könnte passen. Easy. Der bastelt so lange und wir können gucken... Oh ja. Das sieht gut aus. Ähm, wir können jetzt, ähm, uno momento. Hier, so. Jetzt wieder zu. Äh, simple... Ne. Doch. Simple Jetpack. Zu dem da gehen. So. Ähm, genau. Die hier. Da brauchen wir vier Stück von denen. Das heißt, wir brauchen vier Illuminati Freights. Das heißt, ich brauche vier von denen. Oder warte. Ne. Zwei von denen. Okay. Drei Copper. Einen Silber. Zehn Redstone. Das kriegen wir hin. Silber haben wir noch hier. Einen Silber. Drei Copper. Eins, zwei, drei. Und zehn Redstone. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Neun, zehn. Ja, fast. Zack, zack, zack. Rein damit. Und rein da. Das brauche ich Ewigkeiten. So, wir können so lange gucken. Ah. Der ist fertig. Ähm. Ähm. Wie war das nochmal? 13.518.000. Ich bin gerade mal überlegen, kriegt er das gebacken? Ne. Der springt immer wieder auf Null. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Vielleicht nicht mit dem, der Teil. Sondern mit einem anderen, mit einem Normal-Dimlet. Dimlet. Ne, Solid, Normal. Probieren wir uns mal damit. Vielleicht ist es billiger. Dann rein da. Äh, Store. Ist ja genauso teuer. Was soll denn der Scheiß? Ich glaube, das wird nix. Das ist zu teuer. Glowstone. Glowstone. Warum bist du so teuer? Ne, komm, lohnt sich gar nicht. Scheiße. Wenn jemand von euch eine Idee hat, wie ich das gebacken bekomme, dass ich da genug, ähm, Energie bekomme. Was ist das denn? Holy shit. Tumoros. Ähm. Da. Charger Raid. 20.000 RF pro Tick. Der ist fertig. Das heißt, wir könnten die machen. Äh, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Lala, lalalala. So, da. Och, Mann. Die geben wir auf den Sack. Zack. So, acht Stücken, das ist scheißegal jetzt. Da. Die Suche. Na, Mann. Hier, da. Zack, zack, zack. Scheiße. Zu wenig davon. Das heißt, ich brauche noch Elektrom. Nehmen wir einen halben Stack raus. So wie dieses Pyro-Gedöns. Und Redstone. Easy. Und. Zack, zack, zack. So, jetzt Böller rein, aller Kollege. Er braucht auch Ewigkeiten. Ähm, ach ja. Warte mal, machen wir mal Red. Ja, genau, so schreibt man Redstone. Wir haben Redstone Liquid. So wie Block of Redstone. 16.000 ist auch teuer. Das ist weniger. Redstone Ohr. Das wird sicher auch mehr lohnen. Nutzt sich das mehr? Ne, da müssen wir unten da wieder. Ne, das war. Ne, die elektrischen Pumpen habe ich ja schon. Alles nicht so leicht, alles nicht so leicht. 300 pro, das kostet nur 300 pro Tick. Probieren wir das mal aus. Im letzten. Nehmen wir mal. Das ist Block of Redstone. Zack, und bam, bam. Store. Warten bitte was? Warum sind die so arschteuer? Weil da guck mal, wie das Teil der Leergesucht wird. Aber vorher hat es so auch funktioniert, warum jetzt nicht? Ich glaube, der hier kommt nicht hinterher. Die Leitung kommt eigentlich nicht hinterher. 30.000 ist drin, weil die wird immer sofort. Ich habe ne Idee. Wir nehmen jetzt mal Gable. Gable. Dann Ultimate Cable. Halt, das brauche ich doch. Und machen die hier erstmal ab. Das kann ab. Das kann ab. Das kann ab. Das nicht, gell? Doch, Scheiße. Das kann auch ab. Das nebendran aber nicht. Genau, das ist nämlich der Dimension Builder. Da kloppen wir da dran. Und die anderen, die kriegen Strom hier rüber. So. Genau wie der. Der. So. Und tut da rein. Auch nul. Oder mache ich da was falsch? Na, eigentlich nicht. Müsste so klappen. Ah, perfekt. Genau. Weil der jetzt geht jetzt hoch und will. Genau. Perfekt. Das ist super. Der Dimension Builder müsste Strom bekommen. Genau. Perfekt. Hoffentlich funktioniert es so. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei den Teilen hier. Close Zone Elevation Unit. Äh, äh. Warte mal, warte. Das war so schneller. Zack. 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 Mehr brauchen wir nicht. Und weg mit euch. Äh, genau. Und jetzt rein mit euch. Yes. Es klappt. Nennt mich Gott. Dauert seine Zeit. Allee, dann haben wir den gleich fertig. Wie gesagt, dann fehlt nur noch das. Und das. Ja, geil, Digga. Ähm. Ich nehme mal schon mal zwei mit. Weil ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht ganz fertig. Eins können wir machen. Nice. Äh. Scheiße. Ich baue nochmal zehn. Close Zone. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Der ist bald fertig. Ah, der rackert sich da einen ab. Wie blöd. Du, 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 du. Hier sind wir schon tausend. Aber wir brauchen viertausend. Zweitausend. Hä, warum habe ich da jetzt schon? Wieder zehn da reingebödert. Bin ich bescheuert? So, so. Das da rein. Dreitausend. Jetzt noch der letzte. Wird da reingebödert. Close. Beeil dich. Genau. Und jetzt. Drei, zwei, eins. Go. Ja, nice, Digga. Alla. Die Teile hier lägen. Wie blöd. Na ja. Was ist das denn? Goldblock. Oh, sieht geil aus. Na ja. Äh, wo war ich stehen geblieben? Erstmal bei den Knasten. Oder, boah, wir könnten den Reaktor unten auch noch größer machen, oder? Noch größer halt, versteht sich. Oh, da haben wir noch eine unendliche Wasserquelle von meinem Turbinenversuch. Sprich, das Zeug noch so in die Breite ziehen. Und dann hier vielleicht die mittleren Dinger wieder austauschen durch Stäbe, damit er da ordentlich Energie bezieht. Also 35.000. Ist schon ordentlich. Ist er fertig? Yes. Genau, das habe ich befürchtet. Wir brauchen wieder Flux-Elektrum. War das hier jetzt ausgegangen? Das Redstone. Okay. Machen wir nochmal die Hälfte rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Redstone ausgeht. Ich hätte eher gedacht, da. Pyrodeum. Geht uns aus. Ich weiß nicht, ob wir genug Armaplates haben. So. Jo, Tatsache. Und es ist fertig. Halleluja. Und das Ding boostet sich auf. Yeah. Warte mal. Nein, nicht F9. Nein. Hallo. Danke. F5 wollte ich machen. Yeah. Sieht nice aus. Vor allem hier mit dem Wuxer. Ich will gar nicht wissen, wie schnell wir sind. Alter. Bom. Gut. Wir könnten noch ein Wireless Charger machen. Fällt mir ein. Und zwar für die andere Seite. Wireless Charger. Und zwar den hier. Wir brauchen Electrical Steel. Ah, können wir nicht machen. Ich habe keine Enderman Köpfe. Oder? Ender. Ne. Habe ich nicht. Tut mir leid. Habe nichts gesagt. Guck hier. Dieses ganzen Turbiengehäuse. Aber ich habe sie ja schon so groß wie der Reaktor gemacht. Und das hat immer noch nichts gebracht. Also. Ja. Okay. Huch. Was wollte ich denn noch machen mit dem Elektrum? Achso. Ich dachte, ich wäre ja noch nicht fertig. Aber ich habe es ja geschafft. Endlich. Gut. Guck mal hier. Nice, Digga. Yeah. Jo. Gut. Oh Gott. Wir gucken einfach mal schnell drüber, was hier alles drin ist. Also wir haben hier. Fangen wir davon an. Brauchen wir nicht. Magnesiumohr brauchen wir auch nicht. Obsidian brauchen wir nicht. Zettoskotzeohr brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Rubioh brauchen wir auch nicht. Tansanit brauchen wir nicht. Brauche ich 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 nicht. Hä? troll nein auch nur habe ich so einen scheiß teil herausgenommen brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht bauen wir nicht bauen wir nicht bauen wir nicht strawberry braun nicht brauchen wir nicht Brauchen wir alles nicht. Man kann eigentlich alles da rein. Man könnte es natürlich, ich weiß nicht, wie viel Energie so ein Ding Oh, scheiße. Ah, da wollte ich hin. Nein. Da wollte ich hin. Ich weiß nicht, wie viel Energie so ein Tesseract einspeisen kann und übertragen kann. Dass wir das vielleicht Wireless machen können, dann das wäre geil. Gibt es da irgendwie so was? Wireless Was haben wir denn da, Hübschers? Was ist das denn? Wireless, Halloween, Wireless I tried to have a really Wireless Charger. Wireless Was ist das denn? Wireless Blocks Extender. Geil. Wireless Connector. Wireless Setup Kit. Naja, was ist das denn? Wireless Flut Terminal. Wireless Universal Terminal. Wireless Gas Terminal. Ah, ich habe das da. Wird ganz normal. Das reicht doch for das Erste. Los, EC-System. Ich komme. Ah. Genau, die ist jetzt fertig. Jetzt bin man gespannt. Oh. Oh. Die ist instabil, die. Ne. Oder wie das so geht. Wam-wam-wam-wam-wam-wam. ach man das ist nervig und ein paar jedoch wird haben wir noch ein reaktor sagen wir haben ein paar casings paar von den coolen port brauchen wir nicht wir haben noch ein paar von denen halt ich wollte ich nicht ich will ja auch nicht wirklich danke so wir haben das da können noch ein stack davon machen machen noch mal mehrere davon so davon müssen wir dann auch noch ein paar machen 15 stück 16 stück 32 ok und dann machen wir noch ein paar von denen und jetzt gehen wir mal runter wir können gucken wenn wir den bis hierhin verlängern müssen wir mal gucken wie teuer ist das also mit den reaktor casings da müssen wir nur außen rum basteln so bis hierhin könnte natürlich bis dorthin auch machen nach wenn er so bis hierhin so bis hierhin so bis hierhin das müssen wir gar nicht machen stimmt hier kommt ja die wand die decke drauf und zack was wir auch machen könnten wir einfach so eine wand so eine wand äh reaktor glas hin klatschen würde natürlich auch gehen aber ich weiß nicht so sehen tut man hier nichts nur da vorne gut davon würde es auch gehen und wie Seems so okay so 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 so